so ein anderer wunsch war was ich auch schon ewig nicht mehr hatte ich noch nie auf diesem großen monitor gesehen das spiel schauen wir mal ob jetzt hier auch wieder was geht oder ob der sturblatt oder es sei ja schon der was war direkt Double gehabt irgendwie sind nicht so viele Frische hier in dem Tal, Tümpel oder Teich da ist wieder einer Rundfunk Rundfunk Das war's. Das war's. Das war's. Dann bald vier. Das war's. Komm, da hoch. Ich bringe da mal ein bisschen mehr rum. Komm, da hoch. 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 Dann sind wir 150 raus. Dann da ist ich 50 noch drin. Probieren wir mal Bocavarato-Symbols. Starten wir aber nicht ganz so hoch direkt. Gut, wir sind jetzt auch schon bei 80 Cent. Das war's. 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 Ist immer das, Momente. Das war's. Ich probiere noch mal was anderes, das glaube ich. Ich probiere mal die Magic-Window. 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 Ich glaube ich lasse dann 20 Euro drauf bis nach der Pause. Ich glaube, dass das besser ist, sonst alles runterzuziehen bis zur Pause. Mal gucken, paar Dreher auf 1 Euro. Vielleicht noch was macht, aber bleibt ja sehr ruhig. Ja, na gut, bis später. So, ich habe mal noch nach älteren Spielen geguckt, was ich auch schon lange nicht mehr gespielt habe. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. So, vielleicht kriegen wir hier mal ein paar freie Spiele. Da habt ihr den Gewinnplan mal. Der Golden Nugget sich noch nicht hat blicken lassen heute. Da bin ich verwundert. Vielleicht will er ja auf 20 Cent kommen, wer weiß. Da wäre er fast gewesen. Geh doch mal rein, Blackie Golden Nugget. Ja, also mehr Kohle will noch nicht so wirklich. Geh doch mal rein, Leute. better schön. tsch. Das war's. Kommen aber auch nicht mal zwei Skatter. Wahnsinnskiste. Na jo, bis später.